Dimitar, letztes Jahr 2 zu 0 gegen Karlsruhe. Du warst an beiden Toren beteiligt, eins selbst gemacht, eins hast du vorbereitet. Ist Karlsruhe eine gute Erinnerung? Ja, das war eine richtig gute Zeit für mich. Aber jetzt ist schon wieder ein neues Spiel und ich bin wieder so motiviert für dieses Spiel. Ich hoffe, wir werden diese wichtigen drei Punkte für uns gewinnen. Als letztes Spiel in Wolfsburg hattest du einen neuen Sturmpartner an deiner Seite. Ihr habt zum ersten Mal zusammengespielt, Emil Jula, und du in der Startelf. Was war das für ein Gefühl? Harmoniert ihr? Ja, die ersten 20 Minuten waren sehr gut für uns. Wir hatten ein paar gute Chancen. Aber jedes Spiel ist für uns selbst nicht fair zu sagen. Jetzt habt ihr natürlich richtig Druck im Spiel gegen Karlsruhe. Es müssen unbedingt drei Punkte her. Oder bist du optimistisch, dass das am Samstag gelingt? Also wir müssen ein bisschen ruhig im Kopf sein. Mehr schlechter, das geht nicht. Wir sind die Letzte und wir können nur etwas besser für uns machen. Und ich bin richtig Optimist. Wir haben, wie viel Wahi von wollt. Das kommt die jetzt.